Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, es ist ein toller Service, just in time, wenn einem Fahrradfahrer etwas fehlt, sind sie sofort zur Stelle. Wir haben nicht so viel Aufwand und wir haben vor allen Dingen zufriedene Gäste und wir merken es daran, dass immer mehr Fahrradtouristen bei uns im Hotel wohnen. Untertitelung des ZDF, 2020